3000 We are in an emergency Am Abend des 24. August 2001 geht einem vollbesetzten Airbus A330 mit 306 Menschen an Bord der Treibstoff aus, mitten über dem Atlantik. Wie kann es bei einem der modernsten computerunterstützten Verkehrsflugzeuge zu solch einem Fehler kommen? Mayday, Mayday, Mayday. Wir haben beide Triebwerke wegen Spritmangel verloren und befinden uns nun im Gleitflug. Die Höhe ist 30.000 Fuß und wir sinken 2.000 Fuß pro Minute. Wir müssen notwassern. Legen Sie nun die Schlimmwesten an. Dieser Film untersucht, was mit dem Air Transit Flug 236 passierte. Das war's. Es ist aus. In 5 bis 10 Minuten werden wir starten. Wir werden schneller. 203 Knoten, das ist zu schnell. Bleiben Sie sich an! 23. August 2001 Auf dem internationalen Flughafen von Toronto ist viel los. Die Chartergesellschaft Air Transit boomt und ist schnell zur zweitgrößten Airline Kanadas geworden. Im Hochsommer gibt es nur wenige Geschäftsreisende und es herrscht Urlaubsstimmung. Ziel des Air Transit Flugs 236 ist Lissabon. Die meisten Passagiere sind kanadische Europatouristen und portugiesische Einwanderer auf dem Weg in die alte Heimat. Das Flugzeug, ein zweistrahliger Airbus A330, wird von dem jungen Co-Piloten Dirk der Jäger und dem erfahrenen Captain Robert Pichet geflogen. Captain Robert Pichet ist ein außergewöhnlicher Mensch. Seit Beginn seiner Pilotenlaufbahn war er mit erfahrenen Piloten unterwegs und hat viel gelernt. Er wird oft auf Flügen in die nördliche Provinz Quebec eingesetzt, wo immer wieder sehr schwierige Bedingungen herrschen. Das Cockpit des A330 ist ultramodern. Die Bordcomputer sind mit über 100 Sensoren verbunden, die das Flugzeug ständig überwachen. Dieser Film zeigt, wie leicht es zu schweren Problemen kommen kann, wenn die Piloten diesen Computern misstrauen. Vor dem Abflug melden die Computer des Airbus keine Fehler. Flug 236 Heavy, folgen Sie A320 Air Canada, biegen Sie bei Romeo links ab und halten Sie an 2,4 rechts. Roger, wir folgen A320 Air Canada, bei Romeo links und halten an 2,4 rechts. Mit der siebenköpfigen Besatzung hat das Flugzeug insgesamt 306 Menschen an Bord. Wir hatten vier Tage zuvor geheiratet. Unsere Hochzeitsreise sollte nach Portugal gehen und wir waren auf dem Air Transat Flug gebucht. Es war alles sehr kurzfristig. Wir hatten die Reise nicht groß geplant und es waren nur noch für diesen Flugplätze frei. Ich hatte den Flug gemeinsam mit einem Freund für eine zweieinhalbwöchige Urlaubsreise gebucht. Ich war sehr aufgeregt, voller Vorfreude. Zweieinhalb Wochen an der Küste Portugals. Es war ein aufregendes Gefühl. Um 20 nach 8 startet der mit 47 Tonnen Treibstoff betankte Airbus A330 von Toronto nach Lissabon. Die Wettervorhersage für die Atlantiküberquerung ist gut. Im Cockpit läuft alles planmäßig, abgesehen von einer kleinen Änderung der Flugroute. Wegen des hohen Luftverkehrs leitet die Flugsicherung den Airbus 60 Meilen südlich seiner ursprünglichen Route um. Diese leichte Kursänderung sollte noch eine wichtige Rolle spielen. Die Passagiere stellen sich auf einen langen Flug ein. Der Grund für unsere Reise nach Portugal war eine Familienfeier, eine Hochzeit. Sonst wären wir in diesem Jahr nicht geflogen. Anstatt nur für vier Tage zu der Hochzeit zu reisen, entschieden wir uns für einen zweiwöchigen Urlaub. Wir wollten mal wieder die ganze Familie sehen. Alles schien ganz normal. Ich war bereits zuvor mit der Air Transit geflogen und fand sie nicht sehr gut. Diesmal war ich aber überrascht. Wir starteten pünktlich. Das Flugzeug war ziemlich neu und allgemein übertraf alles unsere Erwartungen. Wir kommen zum nächsten Checkpoint. Alle 30 Minuten vergleichen die Piloten während einer Atlantiküberquerung ihre Position und den Treibstoffverbrauch mit dem berechneten Flugplan. 11,2 Tonnen rechts und 11,2 Tonnen links. Trotz des computergesteuerten Systems werden einige Maßnahmen immer noch manuell vorgenommen, wie auch das Überprüfen der Treibstoffreserve. Durch das Vergleichen der aktuellen Spritmenge mit der ursprünglichen Tanklast behalten die Piloten den Treibstoffverbrauch im Auge. Treibstoffvergleich vorgenommen, alles normal. Die ersten fünf Stunden lang ist es ein Routineflug. Die Besatzung, Air Transit und sämtliche Ermittler lehnten es ab, sich über die nun folgenden Vorgänge zu äußern. Dieser Film bedient sich deshalb Expertenmeinungen und bekannter Tatsachen über das Vorgehen bei Notfällen, um zu rekonstruieren, was in der Maschine geschehen ist. Wir haben eine Warnmeldung. Öltemperatur niedrig und Öldruck hoch. Auf Nummer zwei. Dieses Warnsignal ist der erste Schritt in eine äußerst kritische Situation. Öldruck auf Nummer eins innerhalb des Normals. Auf Nummer zwei leicht erhöht. Das Computer-Display zeigt eine niedrige Öltemperatur im Triebwerk Nummer zwei an. Doch der Öldruck ist hoch. Das ist eine ungewöhnliche Meldung. Die Piloten sind verwirrt. Ich kann hier nichts finden. Ich schau mal in die F-Komm. Wenn eine zu geringe Öltemperatur angezeigt wird, weist das normalerweise auf schlechte Messungen und Sensoren hin. Die Öltemperatur sinkt für gewöhnlich nicht, sie steigt. Eine geringe Öltemperatur ist nichts Bedenkliches. Der hohe Öldruck ist jedoch ein sehr seltsamer Hinweis und äußerst selten. Ich selbst habe noch nie von so etwas gehört. Das kann eigentlich nur auf eine Verunreinigung des Öls mit Treibstoff hindeuten. So etwas wird aber nicht in den Handbüchern erklärt. Ruf die Fluggesellschaft. Die Piloten kontaktieren das Wartungsteam der Air Transat in Montreal. Transit 236 an Mirabel Operations. Mirabel Transit 236. Hallo. Wir haben ein kleines Problem, eine Warnmeldung. Öltemperatur gering und Öldruck hoch auf der E-Camp von Triebwerk zwei. Dazu steht weder in der QRH noch in der F-Komm etwas. Können Sie uns helfen? Doch auch das Team am Boden hat keine schnelle Lösung parat. Die Piloten sind auf sich selbst gestellt. Vielleicht erhielten sie ein paar hilfreiche Hinweise, um das Problem zu lösen. Aber letztendlich stehen Piloten in so einem Fall alleine da. Sie bekommen zwar Ratschläge von jemandem in 25.000 Meilen Entfernung, aber der kann das Problem nicht wirklich beheben. Überprüfen Sie weiterhin die Treibstoffstände und warten Sie ab. Aufgrund der ungewöhnlichen Ölanzeigen gehen die Piloten von einem möglichen Computerfehler aus. Sie überwachen weiterhin die Instrumente. Air Transat 236 bleibt weiterhin auf Kurs. Dann, 20 Minuten später, eine neue Warnmeldung. Gestörte Treibstoffbalance. Das habe ich noch nie gesehen. Folge den E-Camp-Anweisungen. Ich rufe die Flugsicherung. Im Airbus A330 befindet sich der Großteil des Treibstoffs in riesigen Tanks in den Tragflächen. Der Computer hat festgestellt, dass die Treibstoffmenge auf der rechten Seite bedeutend geringer ist als auf der linken. Die Piloten sehen im Airbus-Handbuch nach. Dieses empfiehlt, durch das Cross-Feed-Walve Treibstoff zu transferieren, also den Treibstoff durch ein Ventil von einem Tank in den anderen zu leiten. Doch bevor sie das Ventil öffnen, müssen die Piloten sicherstellen, dass die gestörte Treibstoffbalance nicht von einem größeren Problem ausgelöst wurde, zum Beispiel von einem Leck im Tank. Der letzte Sprit-Check liegt nur 15 Minuten zurück und war in Ordnung. Es gibt keine Anzeichen eines Treibstoffverlusts. Also weiter. Wing Cross-Feed ein. Ein. Sobald man mit der Überleitung des Treibstoffes zum Ballastausgleich beginnt, sollte sich schnell eine Verbesserung einstellen. In anderen Worten, die Situation dürfte sich nicht verschlechtern. Die Stabilisation sollte sofort erfolgen und sich dann selbst korrigieren. Aber das Ungleichgewicht korrigiert sich nicht von selbst. Die Piloten wissen nicht, dass im Triebwerk Nummer zwei auf der rechten Seite des Flugzeugs ein Leck ist. Der Airbus befindet sich mitten über dem Atlantik, rund 300 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. 39.000 Fuß über dem Meer hat der Air Transit Flug 236 mittlerweile ernste Probleme. Die Piloten haben noch nicht bemerkt, dass das rechte Strahltriebwerk Treibstoff verliert. Das computergesteuerte Überwachungssystem des Flugzeugs hat eine Reihe von Warnungen abgegeben. Doch die Piloten glauben immer noch an einen Computerfehler. Hast du das schon mal gesehen? Nein, noch nie. Es ergibt keinen Sinn. Selbst ein Leck würde die Öldruckwarnung nicht erklären. Und beim letzten Treibstoffcheck auf 30 West war alles noch in Ordnung. Ich könnte wetten, dass es ein Computerfehler ist. Ein Tankleck zu bemerken, ist durch die Bauweise des Airbus nicht einfach. Das System greift auf hunderte von Sensoren zurück. Aber diese sind den Umwelteinflüssen ausgesetzt. Frost oder Eis auf einem der Sensoren können falsche Ergebnisse liefern. So etwas kommt zwar nicht auf jedem Flug vor, aber es ist nichts Ungewöhnliches. Sollte der Treibstoffstand schneller sinken als gewöhnlich, gibt es keine Warnmeldung. Deshalb haben die Piloten noch keinen Hinweis darauf, dass eventuell Treibstoff ausläuft. Die Treibstoffmenge im rechten Tank steigt nicht an. Überprüft die Treibstoffmenge. Sie ist niedrig, warte kurz. Als Co-Pilote Jäger die Berechnung durchführt, stellt er fest, dass etwas nicht stimmen kann. Es ist viel zu wenig. Das sieht nach einem Leck aus. Überprüft das. Die Jäger stellt eine enorme Differenz fest. Laut sämtlicher Messgeräte haben die Tanks auf der rechten Seite einen viel niedrigeren Stand als im Flugplan vorgegeben. Und die anderen sind fast leer. Was ist mit dem Trip-Tank? Der ist auch leer. Hallo, hier spricht der Co-Pilot. Könnten Sie bitte ins Cockpit kommen? Natürlich. Obwohl Captain Pichet glaubt, es handele sich um einen Computerfehler, entscheidet er sich dafür, eine visuelle Überprüfung vorzunehmen, falls es sich doch um ein Pankleck handelt. Captain? Hallo. Könnten Sie und Karen mit Taschenlampen an den Fenstern nachsehen, ob etwas von den Tragflächen abfließt? Es müsste wie Nebel oder ein Kondensstrahl aussehen. Geben Sie mir bitte sofort Bescheid. Klar. Dirk, überprüft bitte nochmal sämtliche Tankstände. Bei Tageslicht wäre der von der Tragfläche abfließende Treibstoff deutlich zu sehen. Aber in der stockfinsteren Nacht ist es selbst mit einer Taschenlampe unmöglich, etwas zu erkennen. Den Piloten musste zu diesem Zeitpunkt klar geworden sein, dass die Situation sich nicht verbessert hatte und dass die Umstände ziemlich ernst sind. Vermutlich diskutierten die beiden Piloten nun darüber, was als nächstes zu tun sei. Wenn die Anzeige des Computers stimmt, wird es der Airbus mit der restlichen Treibstoffmenge nicht mehr nach Lissabon schaffen. Captain Pichet muss eine wichtige Entscheidung treffen. Wir müssen zwischenlanden. Fragt die Oceania Control, wo der nächste Flugplatz liegt. Transit 236 Heavy an Santa Maria Control. Wo ist der nächste Flugplatz bitte? Wir haben ein Treibstoffproblem. Die nächste Landebahn liegt über 500 Kilometer entfernt. Doch mit dem verbleibenden Treibstoff könnten sie den Militärflugplatz Lagesse auf der winzigen Azoreninsel Terceira erreichen. Santa Maria Control und Transit 236 Heavy. Halten Sie 230 Kurs, 390 direkt. 350 Meilen zum Zielflughafen. Ist das ein Notfall? Bleiben Sie dran, Santa Maria Control. Noch nicht. Es muss am Computer liegen. Transit 236 und Santa Maria Control. Noch brauchen wir keine Hilfe. Flug 236 verfolgt die nächsten 25 Minuten weiterhin den südlichen Kurs. In der Kabine verläuft alles normal. Doch im Cockpit spitzt sich die Lage weiter zu. Es muss am Computer liegen. Ich habe es überprüft. Prim und Center Tank sind leer. Das Flugzeug verbraucht anscheinend große Mengen Treibstoff. Ob er der Anzeige glauben mag oder nicht, der Captain hat keine Wahl. Er muss die Flugsicherung warnen. Wir müssen einen Treibstoffnotfall melden. Transit 236 Heavy an Santa Maria Control. Santa Maria Control an Transit 236 Heavy. Sprechen Sie. Transit 236 Heavy. Wir haben einen Treibstoffnotfall. Ich hoffe wirklich auf einen Computerfehler. Denn wenn wir mit halbvollem Tank auf den Azoren landen, werden sie uns kreuzigen. Um 6 Uhr 13, weniger als eine Stunde nach der ersten Bahnmeldung, fällt das rechte Triebwerk wegen Treibstoffmangels aus. Triebwerk Nummer 2 ausgefallen. Ich glaube es nicht. Okay, maximaler Schub auf 1. Weiter mit die Camp. Die Beleuchtung begann zu flackern, was mir sehr seltsam vorkommt. Mit nur einem Triebwerk kann der Airbus nicht auf 39.000 Fuß Höhe fliegen. Es gilt schnell tiefer zu kommen. Versuch aus dem Center einen Trim-Tank Treibstoff überzuleiten. Überleiten. Tankanzeige geht gegen 0. Das kann nicht sein. Wir können doch nicht mit dieser verdammten Maschine auf dem Trocknen sitzen. Nun gut. Wir können mit einem Triebwerk nicht auf 39.000 Fuß Höhe bleiben. Gehen wir auf 33.000 und kontrollieren die Geschwindigkeit. 236 an Lages Tower. Wir haben ein Triebwerk verloren. Transit 236. Wir haben Sie auf unserem Radar. Sie sind 135 Seemeilen vor dem Flugplatz Lages. Bestätige 135 Meilen vor Lages. In so einem Fall müssen einige wichtige Dinge beachtet werden. Man muss alle äußeren Lichtquellen anschalten, damit andere sehen, dass man in Schwierigkeiten steckt. Man muss sein Vorhaben auf einer speziellen Notfallfrequenz kundgeben, damit die anderen wissen, dass man seine Flughöhe nicht kontrollieren kann. Denn man läuft Gefahr, die Flugroute anderer zu durchkreuzen. Und so können andere Piloten nach dem Flugzeug mit Problemen Ausschau halten. Die nächsten zehn Minuten fliegt der Airbus mit nur einem Triebwerk weiter. Die Piloten glauben immer noch, dass die Computerangaben teilweise falsch sind und dass sie es bis nach Lages schaffen können, wenn sie sparsam mit dem Sprit umgehen. Es könnte gut gehen. Die Tankanzeige fällt rasch und steht fast bei Null. 13 Minuten nach dem Ausfall des rechten Triebwerks und 130 Kilometer vor dem Ziel fällt auch das linke Triebwerk aus. Wir verlieren Triebwerk 1. Mayday, Mayday, Mayday. Wir haben beide Triebwerke wegen Spritmangel verloren und befinden uns im Gleitflug. Eines der modernsten Flugzeuge seiner Zeit mit 306 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord ist nun nichts weiter als ein gigantischer Segelflieger, der langsam auf den Ozean hinabsinkt. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. In der Kabine verstummte jegliches Geräusch. Viele Menschen in der Kabine beteten oder riefen zu Gott. Meine Frau war ein bisschen hysterisch. Mein bester Freund in einer anderen Welt. Es herrschte Totenstille. Nur ein paar Leute regten sich auf. Liste der nicht verfügbaren Funktionen. Keine Stabilisatoren, keine blaue und gelbe Hydraulik, kein ADR 2 und 3, kein Anti-Skit, kein Ruderausgleich und keine Funkverbindung über HF 1 und 2. Mit dem Verlust beider Triebwerke liegt die gesamte Elektrik still. Ohne die Triebwerke laufen die Generatoren nicht und es gibt keinen Strom an Bord. Aber es gibt eine kleine Notstromversorgung, die sogenannte Stauluftturbine. Sie wird unter dem Rumpf nahe der Tragflächenverkleidung ausgefahren und besteht aus einem kleinen Propeller, der sich im Fahrtwind dreht. Dieser kleine Generator versorgt sehr begrenzt die wichtigsten Steuerelemente und Bordsysteme des Flugzeugs. In anderen Worten, das Flugzeug segelt zwar, ist aber immerhin noch zu steuern. Berechne, wie weit wir mit diesem Gleitwinkel kommen. Wir sind auf einer Höhe von 30.000 Fuß und sinken 2000 Fuß pro Minute. Wir könnten es 14 bis 15 Minuten schaffen. Ich will nicht auf der Hochzeitsreise sterben. Ich versuchte sie zu beruhigen und sagte ihr, dass alles in Ordnung sei. Es ist sehr schwierig, im Angesicht des eigenen Todes ruhig zu bleiben. Ohne Triebwerke verliert das Flugzeug 1000 Fuß Höhe auf 5 Kilometer Strecke. Es kann die Azoren erreichen, aber wenn die Berechnung der Piloten nur minimale Fehler aufweist, ist der einzige Ausweg eine Notwasserung. Ich weiß nicht, ob wir es bis Lagesse schaffen. Obwohl der Airbus theoretisch Lagesse erreichen könnte, muss Captain Pichet die nötigen Maßnahmen für eine Landung auf dem offenen Meer einleiten. Machen Sie die Kabine klar. Der Kabinendruck sinkt langsam. Wir müssen die Sauerstoffmasken anlegen. Der Turbinenausfall bewirkt einen Druckverlust in der Kabine. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir bereiten uns auf eine Notwasserung vor. Legen Sie die Schwimmwesten an. Zwei Minuten später sah ich die Flugbegleiter mit Schwimmwesten in der Hand die Gänge entlanglaufen. Ich bekam Angst und begann mich zu fragen, was hier vor sich geht. Wir waren alle ziemlich durcheinander und viele Passagiere gerieten in Panik, als sie aufgefordert wurden, die Schwimmwesten anzulegen. Mein bester Freund sprach zu seinem Vater, der drei Jahre zuvor gestorben war. Er ging wohl davon aus, ihn bald wiederzusehen. Ich sagte immer nur, es ist schon in Ordnung. Die eine Hand auf einem Bein, die andere auf dem anderen. Ich sah meine beiden Schwager an und zwinkerte ihnen zu, es wird schon gut gehen. Ich dachte nur daran, dass wir die Notwasserung überleben. Ich war derart überzeugt davon, dass wir überleben würden, egal was mit dem Flugzeug geschieht, dass ich wohl nicht mehr ganz bei Sinnen war. Die Angst stieg mir plötzlich von den Zehenspitzen bis in den Kopf. In diesem Moment wurden uns Anweisungen gegeben, was zu tun sei. Schuhe aus war eine von ihnen. Blasen Sie die Schwimmweste erst nach dem Verlassen des Flugzeuges auf und nehmen Sie die Schutzhaltung ein. Das war kein Fals oder eventuell, das waren strikte Anweisungen für das, was kurz bevorstand. Die Notwasserung eines großen Verkehrsflugzeugs birgt vielerlei Gefahren. Auch in diesem Fall stehen die Überlebenschancen für die Insassen des Airbus A330 schlecht. Meiner persönlichen Meinung nach sind diese Flugzeuge nicht für eine Wasserlandung geeignet. Flugzeuge mit einem tiefen Heck wie dieses hier treffen für gewöhnlich mit dem Heck zuerst im Wasser auf. Dieses kann dann vom Rumpf abbrechen und das Flugzeug in zwei Teile reißen. Im Jahre 1996 ging einem Boeing 767 vor der Küste Ostafrikas der Treibstoff aus. Die letzten Momente der Maschine wurden in einem Amateurvideo festgehalten und zeigen, was passierte, als die Piloten eine kontrollierte Notwasserrumpf versuchten. Von den 175 Menschen an Bord des Ethiopian Airways Jets überlebten nur 50. Die Chancen, eine Notwasserung zu überleben und danach noch einige Zeit im Wasser zu treiben, sind nicht sehr gut. Wenn die Air Transat 236 gezwungen ist, ein ähnliches Manöver zu fliegen, sind 306 Menschenleben in Gefahr. Über 100 Kilometer von den Azoren entfernt steht den Piloten ein langes, schwieriges Manöver bevor. Sie müssen das Flugzeug über 15 Minuten im Gleitflug halten, um den rettenden Flughafen zu erreichen. Für Emotionen ist da keine Zeit. Du bist nur auf die bevorstehende Aufgabe konzentriert. Schließlich geht es um Leben und Tod. Es ist ein Ziel, es zu schaffen. Du denkst nicht über Alternativen nach. Du bist vollständig darauf fokussiert, das Flugzeug an sein Ziel zu bringen. Ich bekomme die Flughafen zu sein Ziel. Transit 236 Heavy an L'Agez Tower. L'Agez Tower, wir hören Sie. Transit 236 Heavy. Haben Sie uns auf dem Radar, Transit 236? Wir haben Sie auf dem Radar. Sie sind 80 Meilen entfernt und halten einen guten Kurs. Transit 236 Heavy an L'Agez Tower. Wir versuchen, Ihre Landebahn zu erreichen. Bitte beschreiben Sie Anflug und Länge. L'Agez Tower an Transit 236 Heavy. Die Landebahn ist 3-3 und 10.865 Fuß lang. Sie steuern direkt darauf zu. Transit 236 Heavy. Wir sehen den Flugplatz noch nicht. Melden, wenn es soweit ist. Die Minuten verstreichen und das lange Warten an Bord ist zermürbend. Das war's. Es ist aus. In 5 bis 10 Minuten werden wir sterben. Ich begann mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass wir sterben würden. In so einer Situation kann man das besser akzeptieren, als man normalerweise denkt. Ich habe nicht geglaubt, dass ich sterben muss. Ich war ein wenig verzweifelt, aber versuchte es nicht zu zeigen. Ich bemühte mich, locker und gefasst zu bleiben. Aber zeitweise war ich mir nicht wirklich sicher, ob wir es schaffen würden. Die Qual der Gewissheit, gleich sterben zu müssen, und ich war ernsthaft überzeugt davon. Das ist schlimmer als das Sterben an sich. Wenn ich schon sterben muss, töte mich einfach. Nimm eine Pistole und erschieß mich. Oder lass dieses Flugzeug mit der Nase voran ins Meer stürzen und mich sofort tot sein. Am Boden bereitet man sich auf eine Bruchlandung des vollbesetzten Flugzeugs vor. 20 Kilometer vom Flughafen entfernt planen die Piloten ein schier unlösbares Manöver, das Flugzeug in einem Stück auf die Landebahn zu bekommen. Transit 236 Heavy an Lagesse Tower. Die Distanz zum Flugplatz und das Wetter bitte. Transit 236 Heavy. Sie sind laut Radar acht Meilen entfernt und machen 280 Knoten. Sie sollten den Flughafen in Sichtweite haben. Negativ Lagesse Tower. Bis jetzt können wir die Landebahn nicht sehen. Sie haben keinen Spielraum für Fehler. Ohne die Triebwerke haben die Piloten nur einen Versuch. Wenn sie die Landebahn verpassen oder darüber hinaus rollen. Das Ergebnis wäre katastrophal. Ich sehe sie, gleich rechts. Minimale Rad-Geschwindigkeit 140 Knoten. Maximale Geschwindigkeit, um das Fahrwerk auszufahren, 200 Knoten. Lass das Fahrwerk erst in letzter Minute runter, okay? Okay. Die Piloten versuchen, Höhe und Geschwindigkeit für die Landung zu drosseln. Roger Lagesse, noch sechs Seemeilen. Fahr die Klappen raus, das wird uns abbremsen. Klappen ausgefahren und verriegelt. Als sie sich der Landebahn nähern, sind sie viel zu schnell. Mit zu hoher Geschwindigkeit könnten sie die Landebahn überrollen. Fahrwerk ausfahren? Warte. Geschwindigkeit um die 200. Ich versuche sie zu halten. Gibst du mir bitte die Landegeschwindigkeit? Keine Triebwerke, keine Flaps. Optimale Anfluggeschwindigkeit 170 Knoten. Wir sind zu schnell. Aber die Landebahn ist sehr lang. Käpt'n Pichet fliegt ein paar schwierige Manöver, um das Flugzeug für die Landung abzubremsen. Die Maschine flog fast in einem 45 Grad Winkel. Ich dachte, wir würden einfach mit der Nase voraus einschlagen. Das Flugzeug kreiste um die Insel, um abzubremsen. Wir sahen Land und dann Wasser. Land und wieder Wasser. Ich sah unsere Überlebenschancen erneut schwinden. Klar ist die Landebahn lang, aber am Ende liegen über 100 Meter hohe Klippen. Wenn wir nicht rechtzeitig zum Stehen kommen, dann ist es aus mit uns. Die Piloten bereiten den riesigen Airbus für den Anflug vor. Fahrwerk ausgefahren und verriegelt. Drei Grün. Keine Flaps. Nur Notbremse. Keine Spoiler. Kein Rückschub. 4000 Fuß. 195 Knoten. 3000 Fuß. 197 Knoten. 197 Knoten. 197 Knoten. 2000 Fuß. 200 Knoten. Gib der Kabine Bescheid. Kabinenbesatzung. Eine Minute bis zur Landung. Vertikale Geschwindigkeit 3000 Fuß pro Minute. Viel zu schnell. Geschwindigkeit nimmt zu. 203 Knoten. Das ist viel zu schnell. 1000 Fuß. 201 Knoten. Ich versuche die Nase hochzuziehen. Das wird eine harte Landung. Doch selbst wenn die Piloten den Airbus auf die Landebahn bekommen, drohen weitere Probleme. Ohne Triebwerke ist ein normales Bremsen nicht möglich. Flug 236 hat die Gefahr noch lange nicht überstanden. Die Piloten müssen das Flugzeug ohne Triebwerke landen und irgendwie zum Stillstand bringen. Schutzhaltung einnehmen. Der Airbus landet hart und mit hoher Geschwindigkeit. Die Reifen platzen. Käpt'n Pichet versucht die Nase nach unten zu bringen. Nachdem acht Reifen geplatzt sind, kommt das Flugzeug mitten auf der Landebahn zum Stehen. Öffnen Sie die Gurte und raus aus dem Flugzeug. Ich habe doch gesagt, dass wir es schaffen. Ich wollte nur so schnell wie möglich raus aus dem Flugzeug. Ich sprang und kam hart auf. Ich glaube, ich habe die Rutsche kaum berührt. Ich bin nicht drunter gerutscht. Ich rannte hinunter. Jemand schrie, raus, raus. Also rannte ich aus dem Flugzeug. Was in Gottes Namen war, passiert. Ich fiel auf die Knie und begann zu weinen. Als ich aus dem Flugzeug evakuiert war, wollte ich wissen, was passiert war. Pichet und der Jäger haben den Airbus weiter geflogen, als es jemals ein Passagierflugzeug zuvor ohne Treibstoffversorgung geschafft hat. Die Nachricht über ihre erstaunliche Leistung geht rund um die Welt. Doch sie bleiben bescheidene Helden. Unsere wichtigste Aufgabe war, die Sicherheit der Passagiere in der Kabine zu gewährleisten. Und da beide Triebwerke ausgefallen waren, mussten wir eben versuchen, das Flugzeug sicher zu landen. Wir haben beide viel Flugerfahrung. Und so gelang meinem Kollegen und mir die erfolgreiche Notlandung. Man wird in Schulungen auf das Schlimmste vorbereitet, aber weiß nie, wie man in einer solchen Situation reagiert. Im Nachhinein kann ich sagen, dass wir sehr professionell und überlegt gehandelt haben. Ich war froh und dankbar, dass es allen Passagieren gut ging. In so einer Situation begreift man gar nicht, was tatsächlich geschehen ist. Man kann es zuerst nicht glauben. Es kann auch nicht sein, dass einem großen, zweistrahligen Jet mit über 300 Menschen an Bord einfach der Sprit ausgeht. Doch trotz des Erfolges in der Öffentlichkeit, einige Fragen bleiben offen. Doch wo liegt es? Mechaniker suchen das Treibstoffsystem nach Mängeln an den Tanks und Leitungen ab. Es dauert nicht lange, bis sie finden, wonach sie suchen. Direkt am rechten Triebwerk. In diesem speziellen Fall ging es um eine, im Vergleich zu den größeren Treibstoffleitungen, relativ kleine Hydraulikleitung. Womöglich durch Pulsieren des Hydrauliksystems scheuerte diese kleine Rohrleitung an einer größeren daneben. Und dadurch entstand mit der Zeit ein Leck in der größeren Leitung. Schließlich muss dieses Rohr gebrochen sein. Und eine große Menge Treibstoff lief aus dem Triebwerk aus. Im Rahmen der Untersuchung werden die Wartungsberichte der Air Transit überprüft. Man stellt fest, dass am 17. August, fünf Tage vor dem Flug, Air Transit das rechte Strahltriebwerk durch eine von Rolls-Royce gelieferte Austauscheinheit ersetzt hat. Doch bei der Analyse der Reparaturberichte des Triebwerks kommt ein folgenschwerer Fehler ans Tageslicht. Es handelte sich nicht um einen Konstruktionsfehler, sondern einen Wartungsfehler. Rolls-Royce hatte das Triebwerk ohne den Hydraulikpumpensatz geliefert. Deshalb haben die Flugzeugmechaniker von Transat kurzerhand die Teile eines älteren Triebwerks eingebaut. Doch es passte nicht richtig und die Rohrleitungen rieben fünf Tage lang aneinander, bis eine davon schließlich brach. Das Triebwerk wurde ohne diese beiden Rohrleitungen und ohne Konsole geliefert. Der Zweck dieser Halterung ist, den entsprechenden Abstand der Rohrleitungen zu sichern. Als die Mechaniker die Halterung aus dem alten Triebwerk in das neue einbauten, übersahen sie, dass die beiden Rohrleitungen eng aneinander lagen und sich berühren konnten. Ich möchte die Mechaniker nicht verurteilen, sie bekamen möglicherweise nicht die gezielte Anweisung, den Abstand von drei Millimetern sicherzustellen. Bei der Befragung der Flugzeugmechaniker von Air Transit fördern die Ermittler weitere Hinweise auf fragwürdige Praktiken zutage. Der Chefmechaniker sagt aus, er habe sich besorgt über den Einbau des anderen Hydrauliksatzes geäußert und die Sache fünf Tage vor dem Unfall mit seinem Vorgesetzten besprochen. Man teilte ihm mit, dass es zu kostspielig sei, auf die Lieferung der Ersatzteile zu warten. Er solle den vorhandenen Satz einbauen. Die Ersatzteile unterscheiden sich nur durch ein paar Millimeter von den Originalteilen. Aber diese Millimeter hätten 306 Menschen beinahe das Leben gekostet. Ein paar Tage nach dem Unfall bekennt sich Air Transit öffentlich zu dem Wartungsfehler. Wir mussten feststellen, dass uns beim Austausch des Pumpensatzes ein Fehler unterlaufen ist. Beim Einbau wurden zwei Rohrleitungen mit einer Pumpe verbunden, die anscheinend nicht richtig passen. Die unmittelbare Konsequenz für Air Transit war, dass sie eine Geldstrafe in Höhe einer Viertelmillion Dollar zahlen musste. Es war die höchste je in Kanada verhängte Strafe für einen vermeidbaren Fehler. Wie jemand als gelernter Flugzeugmechaniker ein falsches Ersatzteil in ein Strahltriebwerk einbauen und dabei über 300 Menschenleben aufs Spiel setzen kann. Das ist mir schlichtweg unbegreiflich. Der Vorfall ist ein Mahnmal dafür, wie wichtig Sicherheitsvorschriften sind und wie bei Missachtung Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden. Es handelt sich dabei um wirkliche Menschenleben und nicht nur um die bloße Zahl 300. Wir leiden noch heute unter diesem Vorfall, ganz zu schweigen, wie bei einem anderen Ausgang unsere Familien gelitten hätten. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Die Ermittler wenden sich nun dem Cockpit zu. Welche Rolle haben die Piloten bei den Vorfällen vom 24. August gespielt? Hätten sie mehr tun können, um diese Notsituation abzuwenden? Die wichtigste Frage dabei ist, was ist im Cockpit tatsächlich geschehen? Die Untersuchung hat ergeben, dass ein Wartungsfehler zu einem Leck und zu dem Treibstoffverlust geführt hat. Air Transit hat dafür die Verantwortung übernommen und wurde hart bestraft. Doch haben die beiden Piloten und die Crew sich richtig verhalten? Hätten sie die Situation vielleicht sogar verhindern können? Wing Crossfeed ein. Als die Piloten das Crossfeed-Welf öffnen, um Treibstoff vom linken in den rechten Tank zu leiten, gehen in weniger als 30 Minuten 17 Tonnen Treibstoff verloren. Trotzdem haben sie das Ventil nicht mehr geschlossen, um weiterem Verlust vorzubeugen. Wir haben beide Triebwerke aufgrund von Treibstoffmangel verloren und befinden uns im Gleitflug. Einige Tage nach dem Vorfall werden Robert Pichet und Dirk de Jäger vor den Untersuchungsausschuss gerufen und detailliert zu ihrem Vorgehen befragt. Die Ergebnisse dieser Befragung werden über zwei Jahre lang nicht veröffentlicht. Es folgen deshalb mögliche Erklärungen für den Verlauf der Vorfälle in jener Nacht, die allein auf bekannten Tatsachen und Expertenmeinungen basieren. Aus den Warnmeldungen, hoher Öldruck und niedriger Öltemperatur in Triebwerk 2 konnten die Piloten nicht unbedingt zu der Vermutung kommen, dass bereits ein großes Tankleck vorhanden war. Die Warnmeldungen zum Ölsystem gaben den Piloten noch keinerlei entsprechenden Hinweis. Man hätte lediglich hinterfragen müssen, was die fehlerhaften oder seltsamen Meldungen hervorrief. Aber soweit ich weiß, findet sich im Schulungsprogramm nichts, was die Piloten zu der Annahme hätte führen können, dass das etwas mit dem Treibstoffsystem zu tun hat. Es muss am Computer liegen. Doch obwohl die Piloten von einem Computerfehler ausgingen, waren die Ölwarnungen korrekt und der erste Hinweis auf ein viel größeres Problem. Gestörte Treibstoffbalance, das habe ich noch nie gesehen. Als 20 Minuten später die Warnmeldung, gestörte Treibstoffbalance kam und im rechten Triebwerk weniger Treibstoff als im linken angezeigt wurde, schien das alles nichts mit den Ölwarnungen zu tun zu haben. Dadurch könnte sich Captain Pichets Vermutung verstärkt haben, dass ein Computerfehler vorliegt. Trotz seiner Zweifel war Captain Pichet dazu verpflichtet, der Vorgabe von Airbus zu folgen und das Ungleichgewicht zu korrigieren. Er öffnete das Crossfeed-Werf. Aber reichte das bloße Durchgehen der Checkliste aus? Man kann den Anweisungen des Computersystems nicht einfach blind vertrauen und erwarten, dass sich alles schon regeln wird. Man kann auch nicht einfach die Checklisten durchgehen und es sich gemütlich machen. Im Gegenteil, man muss immer alles hinterfragen. War das richtig? Haben wir die notwendigen Sachen gecheckt? Sind erste Ergebnisse eingetreten? Spätestens als die Piloten den hohen Treibstoffverlust berechneten, hätten sie ein großes Tank-Leck vermuten müssen. Transit 236 Heavy, wir haben einen Treibstoffnotfall. Zum Zeitpunkt, als sie das Leck endlich bestätigten, waren ihre Möglichkeiten bereits stark eingeschränkt. Die Piloten waren auf sich gestellt und hatten keine weiteren Checklisten-Informationen. Sie gingen davon aus, dass sich nach der Einleitung der entsprechenden Maßnahmen die Situation von selbst regeln würde. Aber das war nicht der Fall. Nun starten sie vor der Entscheidung, schließen wir das Crossfeed-Walve und sehen, was dann passiert, oder lassen wir es offen, wie in der Checkliste angegeben, und warten, bis sich die Situation von selbst korrigiert. Die Piloten waren sich unsicher und sie hatten nicht viele Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, dass sie auf diese Situation nicht vorbereitet wurden. Es war für sie Neuland, und sie bekamen keinerlei Hilfestellung. Aber egal, ob sie das Ventil nun offen ließen oder es wieder geschlossen hätten, über die Auswirkungen auf den Ausgang der Situation kann man nur spekulieren. Captain Pichet glaubte lange an einen Computerfehler. Erst als die Triebwerke ausfielen, wurde ihm bewusst, dass es sich um ein Leck im Tank handelte. Die komplizierte Technologie der modernen Flugzeuge unterstützt die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der Maschinen. Aber sie hätte auch beinahe zur Katastrophe des Air Transit Flugs 236 geführt. Falsche Ersatzteile bewirkten das Leck im Tank. Misstrauen gegenüber den Computern ließ die Piloten die Situation falsch einschätzen. Diese Kombination hatte schwerwiegende Folgen. Nur weil die Flugsicherung die Maschine ursprünglich wegen des hohen Verkehrsaufkommens 60 Meilen südlicher der eigentlichen Route umgeleitet hatte, war Flug 236 nahe genug an den Azoren, als die Triebwerke ausfielen. Sonst hätte der Airbus Notwassern müssen. Airbus wirft den Piloten vor, falsch auf den Treibstoffverlust reagiert zu haben. Robert Pichet und Dirk de Jäger fliegen noch immer für die Air Transit. Im August 2002 wurden sie von der Internationalen Pilotenvereinigung für den längsten Gleitflug, den je ein Verkehrsflugzeug geschafft hat, mit einer der höchsten Auszeichnungen geehrt. Nach dem Unfall gab Airbus eine Revision der Checkliste bei gestörter Treibstoffbilanz heraus. Seitdem vergleicht der Computer sämtliche Tankstände an Bord mit dem Flugplan und gibt eine eindeutige Warnmeldung, wenn mehr Treibstoff verbraucht wird, als die Triebwerke eigentlich benötigen. Der Hersteller Rolls-Royce hat in einer Neuauflage seines Servicehandbuchs all seine Kunden über die Inkompatibilität der beiden ähnlichen Ersatzteile informiert. Die Passagiere von Flug 236 blicken jedoch mit gemischten Gefühlen auf das traumatische Erlebnis zurück. Ich halte die Geschwindigkeit. Diesen Unfall kann man nicht einfach auf menschliches Versagen eines Einzelnen zurückführen. Wie in den meisten Flugunfällen war auch hier die Ursache eine Verkettung mehrerer Umstände, die schließlich zu dem Vorfall bzw. Unfall führten. Dieser Fall ist ja keine Ausnahme. Wie auch immer die Umstände waren, der Druck, der man ausgesetzt war, war riesig. Er hat das Flugzeug sicher gelandet und es sind nur acht der zwölf Reifen geplatzt. Er hat immerhin das Leben von über 300 Menschen gerettet. Captain Pichet hat uns das Leben gerettet. Und ob er nun einen Fehler gemacht hat oder nicht, oder ob es ein Computerfehler war, das spielt nicht mehr wirklich eine Rolle, denn wir sind am Leben. Ist er ein Held? Nein. Ist er ein verdammt guter Pilot? Ja. Dass wir in der Nähe der Azoren waren, hat uns das Leben gerettet. Wäre der Treibstoffverlust nur zwei bis fünf Minuten früher eingedreht, hätten wir Notwasser müssen. Ich wäre heute wohl nicht hier, um Ihnen das alles zu erzählen. Dennoch will nicht mehr für unsere Vorências der Aktuellen sein. Sosnodar.